Viren sind infektiöse organische Strukturen. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nur in einer geeigneten Wirtszelle vermehren. Sie sind im Unterschied zu Bakterien keine Lebewesen und bis zu hundertmal kleiner als Bakterien. Insgesamt sind mehrere tausend Viren bekannt. Tatsächlich gibt es aber wahrscheinlich 100 Millionen unterschiedliche Typen. Angriffe von Viren wie hier dem Coronavirus laufen immer nach demselben Muster ab. Die Viren docken an einer Zelle an, geben ihre Erbinformation ab und zwingen so die Wirtszellen neue Viren zu produzieren. Diese attackieren dann weitere Zellen und zwingen ihnen ebenfalls ihr Bauprogramm auf. Die befallene Zelle stirbt nach etwa zwei Tagen. Gleichzeitig greift unser Immunsystem die Viren an. Viren sind infektiöse organische Strukturen. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nur in einer geeigneten Wirtszelle vermehren. Sie sind im Unterschied zu Bakterien keine Lebewesen und bis zu hundertmal kleiner als Bakterien. Insgesamt sind mehrere tausend Viren bekannt. Tatsächlich gibt es aber wahrscheinlich 100 Millionen unterschiedliche Typen. Angriffe von Viren wie hier dem Coronavirus laufen immer nach demselben Muster ab. Die Viren docken an einer Zelle an, geben ihre Erbinformation ab und zwingen so die Wirtszellen neue Viren zu produzieren. Diese attackieren dann weitere Zellen und zwingen ihnen ebenfalls ihr Bauprogramm auf. Die befallene Zelle stirbt nach etwa zwei Tagen. Gleichzeitig greift unser Immunsystem die Viren an. Viren sind infektiöse organische Strukturen. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nur in einer geeigneten Wirtszelle vermehren. Sie sind im Unterschied zu Bakterien keine Lebewesen und bis zu hundertmal kleiner als Bakterien. Insgesamt sind mehrere tausend Viren bekannt. Tatsächlich gibt es aber wahrscheinlich 100 Millionen unterschiedliche Typen. Angriffe von Viren wie hier dem Coronavirus laufen immer nach demselben Muster ab. Die Viren docken an einer Zelle an, geben ihre Erbinformation ab und zwingen so die Wirtszellen neue Viren zu produzieren. Diese attackieren dann weitere Zellen und zwingen ihnen ebenfalls ihr Bauprogramm auf. Die befallene Zelle stirbt nach etwa zwei Tagen. Gleichzeitig greift unser Immunsystem die Viren an. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.